Gegen 10.30 Uhr alarmierte ein Mitarbeiter der hier ansässigen Herstellungsfirma für Spezialreiniger die Feuerwehr, das ist zu einem Brandereignis innerhalb der Produktions- und Lagerhalle gekommen ist. Und schon auf der Anfahrt war eine relativ massive Rauchentwicklung erkennbar. Da in den Hallen entsprechende Chemikalien lagerten und es zunächst unklar war, wie diese reagieren, haben wir zunächst weiträumig das Gebiet zum einen geräumt und auch die Bevölkerung gebeten, Fenster und Türen beschlossen zu halten, um hier einen bestmöglichen Schutz der Bevölkerung sicherzustellen. Anschließend sind die Rauchschwaden von uns niedergeschlagen worden und die Brandbekämpfung ist entsprechend eingeleitet worden. Die Messungen, die wir vorgenommen haben, haben Nitrose, Gase in ganz geringen Mengen, das war aber auch nicht anders zu erwarten aufgrund der entsprechenden Rauchentwicklung, nachweisen lassen. Diese Mengen sind aber in keinster Weise gesundheitsgefährdend, sodass für die Bevölkerung keine Gefahr bestanden hat. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Aufgrund eines Brandereignisses in ihrer Nähe sind Anwohner angehalten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Die Feuerwehr war mit ca. 150 Kräften hier im Einsatz. Das ist natürlich nicht nur die Feuerwehr Järgenschwick, sondern dankenswerterweise auch die entsprechende Unterstützung aus den Städten des Kreises Recklinghausen, die uns hier mit einem zum einen Atemschutztrupps, zum anderen aber auch mit Spezialkräften für Chemiebrände entsprechend unterstützt haben. Es gab eine leicht verletzte Person, nämlich den Mitarbeiter der Firma, der den Brand entdeckt hat. Der hat etwas von den Rauchgasen eingeatmet. Zur Kontrolle ist er ins Krankenhaus gebracht worden. Nach jetzigem Stand der Dinge wird er aber vermutlich nach ambulanter Behandlung auch schon wieder entlassen. Momentan besteht keine weitere Gefährdung für die Bevölkerung. Im etwas entfernteren Bereich ist die Bevölkerung noch weiterhin aufgefordert, die Fenstertüren zu schließen, bis wir den Brand endgültig gelöscht haben. Im Nahbereich werden die Personen, die ihre Wohnungen verlassen mussten, in den nächsten Stunden auch wieder zurückgeführt in ihre Wohnung. Die Dauer des Einsatzes ist zurzeit schwer abschätzbar, da wir nicht genau wissen, wie lange es dauern wird, diesen selbst brennenden Prozess des chemischen Stoffs unter Kontrolle zu bringen. Wir gehen derzeit von zwei bis drei Stunden aus.